Mein Highlight ist, alle Leute haben sowas eingeschickt mit ihren Bildern und haben halt so, haben sich so beschrieben. Sowas mit kreativ, bisschen crazy, bla 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 bla. Meine Mama sagt, ich bin facettenreich. Also Ice-Tüter hat mir gesagt, ich soll mich eben kurz beschreiben, damit die mich besser malen können. Und dann habe ich hier einfach eine Plain-Beschreibung von meinem Äußeren. That's it, eine Plain-Beschreibung von mir. Ich habe auch keine irgendwie so Catchphrase oder sowas. So wie die anderen irgendwie, keine Ahnung. Er liebt Hunde, Wölfe, aber ich stelle einfach nur Augenfarbe blau.